Acht gegen drei oder gegen fünf vier und willkommen zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Ola! Wir spielen selben Modi, ich hab nur diesmal, hoffentlich läuft jetzt keiner mehr mit Waffe rum weil ich hab das jetzt so optimiert, also ich hab jetzt auch alle vorgegebenen Klassenverbot Ey, blem stehen! Schauen! Und bei den Gegner einen weggemacht und dafür uns einen noch gegeben Ein Spielern! Wir haben den Vorteil erhofft Da kommt einer auf mich zugerannt! Kaum einer benutzt die Waffe hier, ne? Ich weiß, die benutzen alle Messer, warum auch immer Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Julian, hilf mir! Oh Gott, ja, dann hab ich's geschafft Oh, Alter, ich hab alles freigeschaltet jetzt irgendwie hier Hellstorm um nur Auto meine Vorräte ist das nicht schön wie geht läuft es diese Runde Alta die geklaut ab mit der Helmste um in die Mitte in die Mitte und kein Geld gemacht Alter was macht er denn da Geh weg von mir du auch tot Scheiße oh Mann drei Munition noch Mann nein das sind meine ja so ein Auto Fernsehentladung Fernsehentladung die benutze ich jetzt mal ganz flott weil die können die ja diesmal gar nicht kaputt machen die haben ja nur Messer ja das ist ja schön so wie ich mir so wie ich mir zwar eine Stelle wo ganz ganz viele sind PUM zwei Stück ne einer pfff Scheiße ich habe noch eine aber wir haben noch eine Tonerung und die Ferne die Einigung hoch Scheiße die kommt zu mir Bordner und der Klinik Warte fahrt der hat mich mal und ja auf jeden Fall hab ich jetzt meine Waffe hallo in der Mitte ist der AGR ja hab schon gesehen der klaut mir wieder die Geld das ist erledigt ja teile danke ja das hilft mir weißt du hach dein AGR den Kölge klaut mir doch nicht ich hab den genommen dann es ist ohr er hat jetzt ab den habe ich geklaut das ist die Kölge klaut akademie wo sind die viele alter das schießt die Wand an es kommt doch her ich brauche Munition aber auch jubel warum springt er denn hier rum wie so ne schwuchteln der hatte bisher der hat unsere Pistole gehabt ja er hat zwei drei Stück glaube ich hatte ich habe noch eine reingewirkt ich bin Spornwärts der Pandemie in der Vorwärter kommend von AGR hier in der Mitte der so taktisch ja ach auch der Leiter der Teile ich habe ein weiterer ein ich bin nämlich wir haben an der anderen Nordrhein-Western doch gerade nehmen mit denn da wichtig die Klaue die Kleine ich hab'n geschützt so kleine Nutte naja da oben klar ist ein AGR die Kühltzlager abweg Kalu Stepp nein ich will da nicht mein Geschütz steuern ich will die wollte die Pistole haben das ist schon weg Julian sterb bitte noch mal abgab 1 ach was ist die nächste Idee die Kussessen zehn Minuten naja ich hab mich an den Grundeinstellen Kier Minuten Städt in die Luft, ja. Naja, nicht so ganz, aber schon gut. Ach, ein KW, er hat ein Tod, egal als du. Ja gut, dann, ciao, ne, Leute. Ciao. Naja, das...